Schon wieder ein neues Kartenchaos? Schon wieder ein neues Kartenchaos? Wahnsinn, ich habe gedacht, ich hätte das Aktuelle gemacht. Schatzkästchen, Mini-Flossen-Modus. Er stellt ein Deck nur mit gewöhnlichen, seltenen und Basiskarten. Okay. Ähm, ja, ähm. Was fällt denn so ein Basiskarten? Hm. Ja, mach einfach ein Mech-Ding hier. Ähm, den rein, den rein, den rein, den rein. Den rein, Beutelmech, äh, den auf jeden Fall. Den, 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 Flugplan. Äh, ja, Chiefs. Ähm, den auf jeden Fall. Den auf jeden Fall. Ah, vielleicht sogar den. Den giftigen zur Not. Ja. Kann man ruhig einmal mitnehmen. Ähm. Was habe ich jetzt noch vergessen? Ach ja. Den noch. Und... Und... Und fertig und los. Ja. It's so easy, hoffe ich. Ich mache ja immer so lange, bis dass ich das Kartenchaos dann auch gewinne. Wäre schon gut. Offensichtlich bin ich nicht der Einzige, der daran gedacht hat. Schauen wir mal. Wie kann ich euch Spiegelflieh sein? Wie kann ich euch Spiegelflieh sein? Wie kann ich das Kartenchaos dann ausziehen? Ich muss das mal probieren. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Das war's für heute. Ich frage mich, ob ich... Okay, fail. Das war's für heute. Ich weine so hart. Das kann doch nicht sein. Neuer Versuch. Mal kein Mirror wäre schön. Das wäre wirklich schön. Ich bin wieder hier. Rexa gegen Rexa. Lass die Jagd beginnen. Nur zu. Schon wieder ein Rexa. Wow. Ich bin ja total happy darüber. Mein Herz springt vor Freude. Echt krass, ne? Ich repariere alles. Anna mit. Ist das derselbe von gerade? Dann lief ich. Ja, er spielt auch irgendwie dasselbe, ne? Ja, klar. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 So. Ja, lass mich schon mal machen, ne? Schön. Dann ist doch mal ein ganz guter Ausgang gerade. Wenn er das Board jetzt nicht clear, sieht gut aus. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hoffe euch hat's gefallen und in diesem Sinne Tschüss.